Leute, wir sind jetzt hier live auf Instagram, aufentspannt. Wir werden gleich auf jeden Fall Live-Reactions machen. Gucken, ob ein paar Leute hier reinkommen. Okay, Leute, was geht, was geht an alle, die hier gerade auf Instagram reinkommen, live? Was geht ab? Peace, peace, peace. Leute, was geht an alle auf Instagram, an alle, die gerade reinkommen? Ich bin gerade live auf YouTube. Ich wollte euch ganz normal zeigen, dass ich live bin. Denn wir werden jetzt eine Folge zusammen uns anschauen, und zwar eine Spotlight-Folge zusammen. Hi an alle bei Instagram. Ich bin jetzt live auf YouTube für alle, die jetzt hier gerade auf Instagram zuschauen. Und wir werden jetzt auf Spotlight reagieren, auf eine Folge Spotlight, zusammen mit meiner Freundin. Also, falls ihr jetzt mit mir live Spotlight schauen wollt, geht jetzt auf meinen YouTube-Kanal. Dort bin ich live an alle hier auf Instagram. Ich heiße auf YouTube MikeLeon. Kommt gerne rein, es würde mich extremst freuen. Hi, hi, hi. YouTube MikeLeon. Dankeschön, dass du ein Abzeichen geholt hast. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an Simon, Ashy, Mike-Fanpage. Vielen, vielen Dank für das Abzeichen. Also, kommt jetzt auf YouTube MikeLeon. Dort bin ich jetzt gerade live. Let's go. Und wir schauen uns Spotlight zusammen an. YouTube MikeLeon. Ciao, ciao.